Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 828. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, habe leider gerade ein bisschen eine zue Nase, deswegen klinge ich ein bisschen anders als sonst, aber vielleicht ist morgen schon wieder vorbei. Nein, Daten, die man nicht als Backup hat, hat man quasi gar nicht. Das sagte heute ein Verkäufer bei Gravis. Ich war nämlich heute mit einer Freundin ihr einen neuen Laptop kaufen, weil ihr 10 Jahre altes Modell nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit war. Und dann hatte sie sich schon vor längerer Zeit entschlossen, ein neues Gerät zu kaufen. Aber sie wollte natürlich wieder ein bisschen sparen, weil ich sagte, du musst nicht nur ein Laptop kaufen, sondern du brauchst auch noch ein externes Laufwerk dazu. Das kostet zwar nochmal 99 Euro zusätzlich, aber du musst eine Datensicherung machen. Und sie dann, wieso denn? Dann ist doch das Gerät erstmal neu und dann hält doch die Festplatte erstmal durch. Und ich so, nein. Rein statistisch hat die Festplatte eine gewisse Haltbarkeitsdauer, aber die Statistik sagt halt auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Ding schon morgen kaputt geht und bei jemand anders hält sie dann eben doppelt so lange. Und gerade in einer Zeit, wo die Lebensinhalte mehr und mehr digital sind, ist es essentiell, eine Datensicherung zu haben. Nicht, dass irgendwann mal die Hochzeitsbilder nicht mehr da sind, weil die Festplatte einfach im Arsch ist. Deswegen habe ich ihr dringend zu dieser Festplatte geraten. Und der Verkäufer hat mir da argumentativ noch ein bisschen Schützenhilfe geleistet, unter anderem mit der Aussage, Daten, von denen man kein Backup besitzt, hat man gewissermaßen schon gar nicht mehr. Und das kennt jeder in seinem Freundes- und Verwandtenkreis. Sicher schon mal jemand, der alle Daten verloren hat. Benutzer eines Apple Computers, die das aktuelle Betriebssystem drauf haben, haben natürlich keine Sorge um die Datensicherung. Sobald eine externe Festplatte dran steht, kümmert sich der Mac automatisch um die Datensicherung. Und Benutzer, die eben irgendein Windows-Betriebssystem haben, müssen sich da ein bisschen mehr ins Zeug legen. Aber selbst dafür gibt es Programme, die noch nicht mal was kosten. Aber man muss es eben einfach nur machen. Bitte sichert alle eure Daten, weil stellt euch vor, wenn jetzt in dieser Sekunde, während ihr den Nachtzug nach Hamburg abhört, eure Festplatte kaputt geht, dann sind die Daten weg. Unwiederbringlich. Und das wollen wir uns doch ersparen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht eines Tages kennt. Leser von spiegel.de wissen sofort, worüber ich spreche. Eines Tages ist ein Magazin, welches vom Spiegel online betrieben wird. Das hat sogar letztes Jahr eine Auszeichnung gewonnen. Weil es so gut ist. Da gibt es Berichte aus der Vergangenheit, die einmal redaktionell aufbereitet da präsentiert werden. Aber die Leser können sich durch eigene Inhalte einbringen. Das heißt, sie können Kommentare dazu liefern. Sie können auch eigene Fotos dazu liefern. Und ich lese die Rubrik eines Tages schon seit geraumer Zeit. Bis vorgestern ein Bericht über den Holmenkollen da drin erschien. Der Holmenkollen, die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon länger mit dabei sind, wissen sofort Bescheid, worum es geht. Die Sprungschanze in Oslo, wo ich letztes Jahr gemeinsam mit meiner Mutter ein paar Tage verbracht habe, diese berühmte Schanze wird abgerissen, weil sie den Regularien nicht mehr entspricht und die nächste WM, die dann, ich weiß gar nicht wann das genau war, in Norwegen stattfindet, zu dieser Zeit muss dann schon der neue Holmenkollen in Betrieb sein. Und jetzt habe ich diesen Artikel gelesen und dachte, Mensch, zum Holmenkollen, da hast du doch ein bisschen was zu sagen. Vor allen Dingen hast du nette Fotos. Die Fotos, die nämlich schon von eines Tages von der Redaktion da reingestellt worden sind, die treffen es nicht ganz. Man kann sich dann nicht auf allen so ein richtiges Bild machen, wie es da genau aussieht. Und ich dachte, Mensch, ich habe ja einen ganzen Sack voll Bilder hier in meinem iPhoto und habe dann gedacht, ich schicke die da mal hin. Man muss sich da dann erst einmal registrieren. Natürlich kann da nicht jeder ein Bildchen hinschicken. Nachdem ich diese Prozedur abgeschlossen hatte, meine Fotos alle hochgeladen habe, beschriftet habe, gesagt habe, wann ist die Aufnahme entstanden, wo ist die Aufnahme entstanden, habe ich das Copyright an dieser Aufnahme. Selbst dann werden diese Bilder noch nicht auf der Homepage veröffentlicht. Erst wenn das alles überprüft worden ist von einem Mitarbeiter, dann wird es freigeschaltet. Heute war es nun soweit. Wenn ihr also auf www.eines-tages.de geht und mal nach Holmenkollen sucht über die Suchfunktion und euch dann die Bilder anschaut, die dazu passen, dann werdet ihr sehen, dass mittlerweile drei Fotos von mir freigeschaltet worden sind und damit für alle sichtbar. Finde ich ganz klasse. So ein Mitmach-Web, Web 2.0, ist ja eigentlich so das Mitmach-Web. Das funktioniert auf einigen Seiten besser, auf einigen Seiten ein bisschen schlechter. Aber warum soll immer alles eine Redaktion machen, wenn die Leser selbst was dazu beisteuern können? Da ist dann auch der Link angebracht, dass die Nachtzug nach Hamburg Folge 640 sich genau mit diesem Thema auch beschäftigt. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Berlin. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.